Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Legends News Video. Ich weiß nicht, ob all das, was wir uns heute ansehen, morgen im Update kommt. Aber hey, selbst wenn nicht, wir wissen jetzt schon drüber Bescheid. Leute, endlich! Endlich machen die Gilden mehr Sinn. Es werden echte Gild Battles kommen. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich hab's mir so lange gewünscht, dass die Gilde mehr Sinn macht. Und jetzt werden die Wehrhasen hoffentlich hart reinhauen. Ich werde auch instant die Gilde ausmisten gehen, für Leute, die ewig nicht mehr online waren. Neue können beitreten und so weiter und so weiter. Guckt's euch an. Allein dieses Spielfeld, ich lieb's jetzt schon auf der rechten Seite. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe, es wird geil. Es wird viel darüber zu reden geben, was wir uns dann im Update-Video genauer angucken. Aber es sieht vielversprechend auf jeden Fall aus. Und wenn ich's richtig verstanden habe, muss man mindestens eine Silbergilde sein. Aber es sieht schon so gut aus. Es sieht schon so... Ich hab jetzt schon Bock drauf. Ich hab jetzt schon Bock drauf, wie das Ganze aussieht. Einfach nur im Hype. Einfach nur im Hype. Es ist endlich... Ich weiß eh, was ich sagen soll. Es ist endlich ein Guild Battle Event. Oh, ich hab das so vermisst. Ich hab ja früher mein erstes Spiel, was ich auf YouTube euch gezeigt habe, war Spellstone. Und da war es schon so geil mit den Guild Battles, ne? Man hatte richtig Bock, den anderen reinzuhauen, in Anführungszeichen, ne? Es war einfach gut. Es war gut. Es war schön. Es gab verschiedene Guild Battles. Und endlich nun auch in Legends, leider. Da hab ich mir echt den Arsch weg gefreut. Natürlich zu bekommen. Dann, was noch neu ist... Rating Match Proud. Und ein neues PvP-System, was ich jetzt mal austesten werde, du spielst drei Runden oder zwei, je nachdem. In der ersten Runde wählst du deine ersten drei Kämpfer aus, je nachdem. Und in der zweiten Runde musst du drei andere nehmen. Also du musst dir gut überlegen, mit was startest du in die erste Runde, mit was startest du in die zweite Runde, ne? Und es sollte so sein, dass jemand... Wo ist denn das Bildchen? Ja, sollte so sein, dass der erste halt gewinnt und der zweite dann auch gewinnt, dann geht's erst rüber ins Battle of Pride, ne? Wenn man will. Man kann auch vorderlich immer rausgehen und sagen, nö, ich hab Angst, ich bin scheiße, ich verlasse das Match, ne? Was noch cool ist, wenn's zu dem dritten Match kommen sollte, musst du einen vom ersten Battle oder mindestens einen vom zweiten nehmen. Also du musst dein Team dann mischen, ne? Du kannst in diesen drei Runden nicht dreimal das gleiche Team spielen. Finde ich geil. Finde ich einfach nur geil. Und da kommt so eine Vor-Season, so ein bisschen rumprobieren, eine Pre-Season. Und dann wird's auch mal ins echte PvP-Match kommen. Also zwei krasse Neuerungen heute in dem einen News-Stream ist auf jeden Fall eine krasse Ansage. Also damit hab ich nicht geregelt. Dann kommt die Zenkai Awakening von Perfect Form Cell. Nummer DBL 2608S. Ähm, auch ein cooler Charakter auf jeden Fall. Und dann, ja, genau. Der unterstützt Tag Team, äh, C17, C18. Cell, der sich verwandeln kann in den Perfect Form Cell. Und Super C17. Ähm, und dann haben wir neue Kämpfer zu Gesicht bekommen, Leute. Ähm, ich guck mal kurz ein Bild finde. Ähm, seh nicht so aus, oder? Ich krieg auf jeden Fall den, den C16 mit dem Bildchen drauf. Und wenn ich's richtig verstanden habe und im Kopf habe, der letzte C16 kam 2018. Also, dass jetzt ein C16 kommt, vollkommen okay. Na, kann ich voll damit leben. Und es kommt ein Legend Limited Vegeta. Wie geil! Ein Vegeta, Leute. Er hat doch schon so lang kein Legend Limited Vegeta mehr. Ich hoffe, da freut sich Diana. Kuss geht raus. Also ich bin mit der Auswahl zufrieden. Neuer Legend Limited Vegeta und neuer Sparking C16 mit dem Aufkleber drauf von der Kapsel Corporation. Finde ich einfach nur geil, Leute. Also eure Meinung auf jeden Fall dazu in den Kommentaren. Ich glaub, sonst gibt's auch nichts mehr Neues zu sagen. Die Premiere läuft übrigens jetzt gerade noch, wo ich das Video gerade aufnehme. Ich guck mal kurz, ob's noch irgendwelchen News gab. Aber man kann vorspulen. Okay, sie haben noch gequatscht drüber. Über C16, über Vegeta. Ne, ich glaub, sonst gibt's keine News mehr aktuell. Ich glaube, das war's auch im Großen und Ganzen. Ich muss das News-Video nicht zu Ende gucken. Die quatschen nämlich immer so lang über die Fähigkeiten. Wenn's was anderes noch Neues geben sollte, sehen wir es eh spätestens morgen. Ab dem Video. Leute, ich bin hyped. Guild Battles. Neuer PvP-Ranglisten-Modus. Und zwei neue Charaktere. Geil. Meinung? Kommentare. Daumen hoch vergessen. Bruder fast gedrahten. Alle Abonnenten. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut ab rein. Und ciao. 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 Ciao.